Die Kriegerzigarben gebunden, Episode 6, Der Hartmann. Die Kriegerzigarben gebunden, Episode 6, Der Hartmann. Die mittägliche Sonne bescheint die Ewigstadt und ihre Hinterhöfe, da unter Vogelsang und Grillengezirpe die süssesten Früchte wachsend. Im Gewirr der uralten Gassen gingen die Nestler, die Wagner, Färber und die Schneider ihrem Handwerk nach und vor den Toren der Stadt schneiden die Winzer überzählige Trauben aus den Weinstöcken. Hundert Schritt vom unteren Tor ist in einer Nische eine eherne Pforte in die Stadtmauer eingelogen. Dort im Schatten eines Feigenbaumes entzieht sie sich den Blicken der Leute auf der Strasse händen des Stadtgrabens. Und fände sie jemanden, so fand er, dass sie wohl seit Jahrzehnten nicht mehr geöffnet gewesen. 200 Mannslegen darüber ist ein grosses vergittertes Fenster. Dahinter steht in der Kühle seines Kryptoriums der Hartmann und der grämet sich herüber, dass sie den Thürst weggeschickt. Ze spate hat er erkannt, dass Thürstens Ring mit dem Carneolus seinen Dienest nicht der Gestalt getan, als er es doch selente. Derweil sich all die Hexer, die er in der schwarzen Kunist unterwiesen, stets daran gemacht hat, Schwerter zu verzaubern, weiss der Hartmann Bass, wie man die Macht in seinen Händen hält. Seilen sie doch ihre Schwerter an, doch wird mit denen nicht die hohe Politik gemacht. Schwerter töten zu laut. Vertracht der Hartmann die Hexenschwerter, so war das stets nur die Hand, dass ein wenig mehr glanzete und so in seinem trefflichen Zauber sich vielleicht besser führen liesse im Kampf. Doch hat der Hartmann wohl erkennet, wie begehret die Regewesen, und so ließ er sich von den Sternen und den Geistern zeigen, was solche längst vergessene Schwerter zu finden. Allesamt, gesagt man ihnen das Alter von weitem an, und das Michels, als der Hartmann sie mit allerlei chymischen Wässerlein um den Salz behandelt. Um den immer, hat er bei den Schwertern gesagt, dass er sich gewiss um eines der drei Handel, wie es ihm lieber Arcanorum erwähnt, auf das er ihnen besseren Preis erzählte. Hartmann hinket vom Tisch herüber und schnürt sich den Stiefel, der seinen Boxfuss verberget. Doch ist sein Geschäft ein anderes, das er nur im Schatten getat, und wie das niemand jemand erfuhr. Herzu bedient sich der Hartmann Bass seiner Wässerlein, Talismane und der Flüche, die das Opfer nach Belieben töten, oder auch für eine Woche krank werden ließen, oder wahnsinnig, oder um den hier liegen wohl die wahre Konnest, sie vergessen machten, was sie im Auftrage Hartmannes getan. Er setzt sich, und er schlott das Liber Arcanorum auf, und er betrachtet lange das Bild von den drei Schwertern, um diese Worte «Magia superior». Wohl wissend, dass man nicht halbes hervon glauben sollte, was in Arkanenbüchern zu finden. Seit über hundert Jahren war der Hartmann nicht mehr so zornig. Schon in achtem Babest hat er hier nun gesehen, und er noch nie in der Zeit war ihm ein Zauber abverreckt. Um denn nun, da sehe ich mit meinen eigenen Augen, wie der Durst den Ring von der einen Hand abstreift und sich dann an der anderen wieder aufsetzet. Weil aber der Pan ungebrochen an sich's gesehen, als ich den Ring betrachtet, so könnte es nur eine Erklärung geben. Die Magia superior, die durch das Schwert auf den Türsch gekommen, doldet keinen anderen Herrn über seinen Knacht. Ich muss es an mich bringen, dass mir den Karneolus ausgestochen, schon auch, dass der Türsch einstens für mich wachhalt an den höllischen Pforten. Meine Knacht brüchend drüner Tag dafür, dann sind sie bis in sieben Tagen zurück, mit Ring um den Schwert. So werd ich es auf den nächsten Niemund mir zu eigen haben, um den den Schmied von dem Schwert heraufbeschwören, um den Willen binden im Kreis. So will ich dann Herr werden über den, der mir hier den Mann strittig macht. Um dem Türsch soll sein Ring ihn wachsen. und er flight wird es Musik Hochzerostnung ging der Türsch mit seinen babeslichen Abzeichen und dem Brief auf dem Stecken. Schon früh am Morgen war es heiss an ihren Sommertag. Bei zwei Meilen der Strasse sass die Margrit auf ihrem alten Gaul. Schon lange hatten sie sich verabredet. Um dieser Wart sie gerüscht und hatten sie bis Mittag gepackt. Mitgenommen hat sie nicht viel, aber doch genügend, sie bis zum Steinerberg zu bringen. Der Türsch hat Margrit schon von Weitem gewunken, aber gelacht hat er nicht. Der Türsch hat nie gelacht. Genehm aber war es ihm schon. Die Margrit wollte ihn in den Steinerberg und konnte also mit ihm bis Brigg gehen und dann über den Furkan in die Ursern das Tal hinab zum Fjahrwadstättersee und dann mit dem Schiff gegen den Brunnen zu. So wäre sie dann da, meint sie. Es ist ins Reisläufer Tradition und eine Auffassung, dass er sich frei fühlt und er im Felde seine Sache auf die Weise er tat, als er es für richtig fand. Und er würdest du es befehlen, er sei an einen Ort gegangen, so tät er das nie auf direktem Weg. Weil hier es bald keine Hühner mehr gab und er hier die Fasserin als erstes leer getrunken, wo sich doch der grösste Teil des Trosses bewegte. Deswegen, und er deswegen, dass er lieber in den Bergen warst als am Meer, zog man den Weg hervon und er folgte in einem Fluss Richtung Mitternacht, der die Strasse gekreuzte und er kam an einen See, wo man für die Nacht lagerte. Nach ein paar angenehmen Tagesreisen kommen sie zu einer Stadt, da waren viel der Steinbrüche in der Gegend, da wollten sie in einer Tavern übernachten. So saßen der Türst und die Margrit bei reich gedecktem Abendmahl, da kommen sie wenig wachen und er will sie zu dem Bürgermeister bitten. Es sagte da der Türst, und die Margrit übersetzte das, jetzt sei er schon bemessen und es würde morgen um die gleiche Zeit wohl besser passen. So waren die zwei also auf den anderen Abend wiedergekommen, wie erst gesagt, doch ließ er sie warten, will er es wohl wieder vergessen. Bei dem Stadtherrn aber war ein gar üppiges Mal aufgetragen. Nach dem Essen wollte der Bürgermeister mit ihm in das Gespräch kommen, da wäre er doch wie es schien ein Gesandter des Heiligen Amtes. Und ob er da nicht Neuigkeiten hätte, da wäre er dem Kardinal doch so nahe stunde. Der Türst, da ist schon einiges getrunken, aber dann doch nicht so viel herfür. Antwort, dass die Bauten zu Rom gut vorankommen täten und dass man da immer wieder neue Bauten hätte beginnen und es gewisse auch immer mehr Stäne dazu hätte brauchen, um für die Stäne die Esel sie auf Rom zu bringen. Das hätte der Papist Julius gesagt. Also würde er gerne wieder kommen und über den Handel sprechen, doch hätte er hier einen Brief von einem Kardinal, und das gehe doch voran. Der Türst und die Margrit verliessen auf den anderen Morgen die Stadt mit vollen Büchen, gefutterten und gestriegelten Ross, aber vor allem hatten sie dafür nicht einen geplappert bezahlt. Also begannen die beiden, sich noch andere Geschichten auszudenken herüber, wie man mit dem Klerus ins Geschäft kommen konnte. Dasselbe machten sie da in jeder Stadt, das eingekehrt. Bei dem zweiten Vollmond sind Rom aber waren sie vor Venedig. Als sie ihn gelohnt, weisen die Wächter ihnen den Weg zum Palast, aber der Türst um die Margrit will diesmal wohl lieber selber bezahlen und den Bürgermeister nicht besuchen. Lieber will sie sich die Stadt anschauen. Am nächsten Morgen wurden sie geweckt von vier Waffenknechten, die auf Deutsch sie anschrien, was das für ein Gebaren, da einer einen Brief für Venedig habe, könnte er sich doch nicht zuerst im Weizhaus Besufene her denn abliefern. Er komme mit. Und so ward der Türst in voller Rüstungen und mit dem Brief auf dem Stecken und seinem Anhängerlein in den Dogenpalast geführt. Der Dogen selber ward nichts dagegen, doch ward der Türst nun vor einen grossen Tisch gebrungen, da selbst fünf ehrwürdige Herren sassen. Dass der Brief nicht für den Dogen bestimmen, entsah man sofort, als man diesen in Augen schien genommen. Ob der Türst denn wisse, wo das Wallis gelegen? Da referierte der Türst selbstbewusst, dass man von Domaladosso den Berg hinaufmüssen und dass es aber ganz andere Berge seien, als die Höger hierzulande. Erkenne sich da aus wie kein Zweter, deswegen mag man ja ihm auch dem Auftrag gegeben, diesen Heiklen, von dem er aber nichts weiter sagen dürfe. Da es auch in Wohledig sitte, dass man in einem Boot steht, Kunde, Abnahme, die nicht schriftliche und die manchmal Michels nur dürfte geflüstert werden, aber wohl mehrere deswegen, dass der reignössische Gag die Herren blendend unterhalten würde, so will man ihn doch trotz allem zum Abendessen behalten. Das machen sie nicht ohne Umsicht, denn ein Staatsbesuch bedeutete dem Ratsherrn doch immer ein bezahltes Nachtessen im Dogenpalast. Da aber der Hauptgang gegessen, um die Zeit heran für das Gespräch aufzunehmen, so wollte man nun vor dem Käse bei dem süssen Wien den Türst auf die Politik ansprechen. Der aber hatte schon recht viel getrunken und fasselte da etwas von Steinen und Eseln. Ja, Esel haben wir besonders viel in Venedig. An dem sollte es nicht liegen, gab man ihn zur Antwort. Die Übersetzer hatten es schwer an seiner Aufgabe, denn der Türst lallete und mehr und mehr und redete mal laut und dann wieder leise liche und hatte ihnen gar üblen Atem. Als er dann den Ratsherrn vorgeschlagen, man sollte Mailand mit Kanonenbooten angreifen, da doch die Stadt selber keine Schiffe besesse, so dankete man ihm für den unterhaltshaben Abend und ließ den Türst noch das Lied vom Tell anstimmen, um den als dann durch einen Diener wegzubringen. Doch hat das Lied vom Tell so viele Stoffen, dass er erst vor der Taverne damit fertig geworden. Nun waren sie schon den achten Tag unterwegs seit Venedig. Er hätte es nicht gedacht, der Türst, dass sich der Weg bis Tomodossola der Weg ziehen würde. Aber sie haben an dieser Weile genug gehabt, was doch der Sommer noch in seiner hohen Zeit. Man käme dann schon noch auf das Brieg und die Margrit noch vor dem Winter in ihren Steinerberg. Sie hatten sich in einem gar schonen Platz gefunden, sodass der Türst und die Margrit beschlossen, nach der Mittagspause nicht wieder aufzubrechen und also hier bis zum Morgen zu weilen. Dort war ein Herb bereits gebuet und den Baumstamm hat umgestürzt angelegen und ward dergestalt ein trefflich Bankelin. Auf drehen Seiten erhob sich das Gelände und er warst du ein Gebüsch, das gab einen schonen Windschutz. So hat man es sich gemütlich gemacht und es war es noch nur mit Tag, da er sich in Schatten über das schone Anwesen legte und unmerkliche Nebelschwaden über dem Boden sich mehretten. Da traten miteinander neun Knechte auf dem Flur. Allsamt waren die zu einem platten Gerüst und mit anderthalb Händen versehen und machten einen Kreis um ihn. Auf dieses aber der Türst blankzuckete. Nicht lang bevor sich das so zugetragen, hat einer hinter dem Busch sich in einen guten Sitz bereitet, wo von erhöhtem Ort aus den ganzen Platz herüberblickt, ohne herbeiselb dem Blicken der anderen bloß zu sein. So kann er hier in wahrer Gestalt wissen und er braucht das Geissenbein nicht zu verbergen. Auf seiner Stirn sind zwei Hörnlein, Daumen dick und ein Fingerbreit lang. An seinem rechten Mulecken schaut ein rechter Hauer aus dem Unterkiffer. Ansonsten sieht er aus als ein Mensch. Nur die Augen, die Augen nicht. Kalt und berechnend sind sie voll der bitteren Freude. Es spiegelt sich die glüten Höhlen hier wieder, somit er sie jetzt so, da er dem Triumph so nahe. Heute wird das Schwertanin übergehen. Also nimmt er aus seiner Schecke ein Sackchenlein mit gerösteten Pistazien und aus dem anderen Sack eine flache Flasche mit Schnaps. So fühlt er sich komod und denkt sich, sie könnten anfangen. In diesem Augenblick aber tut sich ein dumpfer Schlag und neben dem ersten Teufel sitzt jetzt ein anderer riesig an Gestalt. Der hat Beine von einem schwarzen Irsch und den Geweih wohl C18 enden. Sein Gesicht ist nicht das von einem Mensch noch das von einer Geiss. Doch hat er einen grossen Unterkiffer und auch grosse Ohren gegen die Fläugen. In der Rechten hält er einen Schmiedehammer und hat die Arme eines starken Mannes und hat einen schwarzen Fell bis zum Bauch herauf. Der Kleine hat den Schluck aus der Flasche genommen und verschluckt sich jetzt ab dem und hustet. So spricht der Große. So wollen wir denn anfangen. Plötzlich wird es düster und die Neuen tretend herfür und stehend in einem gegenüber. Es geht doch nichts über den Schwerkampf, wenn es um die Kampfeskunnest geht. Um das erst recht gegen ein verzaubertes Schwert. Magister Hartmann, du bist doch auch in dem Geschäft, gell? Du handelst doch mit solchen Schwertern. Kein Wunder, dass wir uns heuen zufällig antreffend. Das will man sich nicht entgehen lassen und dazu noch so ein Altes. Hartmann bemüht sich verzweifelt, seine Pistazien zu knacken. Inzwischen haben sich weitere Teufel in die Böschi gesellt und langsam füllen sich die unsichtbaren Ränge hinter den Studen. Aber auch ist der Streit in Gang gekommen. So ist die Schöne, ruft der Grosse, wo der Türscht einem auf die Hand trifft. Weisst du, Magister Hartmann, ich sag's doch immer so einem behexten Schwert ist nicht nur bloße Kraft, das ist Eleganz und Unbesichtigkeit, so sag ich's. Der Kämpfer ist gleichsam eingearbeitet, obwohl er noch gar nicht geboren. Magister Hartmann hat schon seit einiger Zeit unter Spannung gestanden. So meinte er doch in aller Ruhe einen schonen Kampf sich anzusehen und dann mit dem Schwert, dem Ring und dem Brief wieder den Rückweg anzutreten. Und jetzt kommen doch der und all die anderen, woher wisst ihr das? Viele von Ihnen kennt er noch? Schau, Magister, die schöne Parade und jetzt hat er ihn an der Schulter. Ich sag doch, Hartmann, ein treffliches Schwert. Ich halte das für eines meiner Besten. Und hier, die Beinarbeit. Ich sag euch, Magister Carniolus Georg Hartmann, das zeige doch, wie das Schwert und der Knecht eines sind. Von hier hat er hohe Kraft, das ist Vollendung. Ich weiss es noch ganz genau, bei diesem hier da warb mir aus Versehen der Besuf abgegangen. Hartmann aber begunde zu wimmern, ganz lese, auf das es niemand hören soll. So lagen dann bald all die Mordbuben am Boden als ein Zehnter hinter dem Baumstamm hervortreten und hat die Margrit von hinten gepacket und halt die das Tölchlein an den Hals getrückt. Da schauten dreiundreissig führige Augenpaar auf die Frauen und den Häscher und das Feuer in der Mitte brennete viel höher und es spie Funkelin in den Nachthimmel. Dem Schwert aber, was nicht entgangen, dass bei dem Streithütte sein eigen Schmied und Meister anwesend, das spornete es an, dem Meister zu beutenwesend, kein normales verzaubertes Schwert im Stand und in den Augen des Törsch, was nun die Ruhe eines des windstillen Tags. Da gesagte der Törsch dem Mann in die Augen und der konnte sich nicht wehren noch ablahmen. Und ahne des Blickes loszulohren noch mit der Wimper zu zucken, wurf er Hefests Meisterwerk auf wohl zwölf Schritt und er spiessete den Zehnten seinen Kopf an dem Baum hinter ihm und sowas die Margrit ledig geworden und er was geblieben umversehrt. Der grössere Tüfel aber konnte ob so einem ergreifenden Tun sich nicht mehr halten und schrie und jubelte für Menschenohren stumme hinter dem verhexsten Studen zusammen mit anderen Tüfeln. Was für ein grossartiger Kampf und so viel Blut! Herrliche! Und nun da es entschieden, so war den Tüfel und die Zeit angehalten und auch das Feuer stund stille. Als dann nahm der Grosse den Hartmann beim Ohr und führende ihn zum Platz. Der Kleine konnte sich nun nicht mehr halten und er schluchzete herzerweichend und er hatte den Kopf ganz schräg gehauen. So sagte der Grosse da hätte er doch noch den Besseren gezogen, hätte er nämlich versucht ihn in den Kreis zu bannen, so wäre sein wohl schlechter ergangen. Dann benahm er sich des Hartmann seiner Pistazien und klübete den an dem Backen. Also traten sie in das Feuer und der grosse Tüfel brachte den Hartmann zur Wache bei den Höhlenpforten. Dort benahm ihm den Schnaps da kommt ihm in Kopf weh. Da benahm man ihn seiner Bücher da vergaß er all die Arkanen künscht. Da benahm man ihm seines Tintenfass seines do vergaß er das er lesen und schreiben gekunnet. Da gab man dem Hartmann die Halbart in die Hände und da meinte er er sei der Thürscht und sein Vater sei ein Henker gewesen. Es ist des Tiefels Willges sein ein Knochen Müll zu bohen Da malt er die Lebendigkeit von Mannen und von Frauen Als erstes bult er den Kanal und heisst den Rechten Glauben So will er all den guten Leuten das selber denken roben Und trinket jemand aus dem Bach So fühlt der Edel sich und wach und weiss genau wer schuldig isch und redet viel von Christen Pflicht So bruchet er ein Müllirad das ihm die Steine treibt Er nimmt die Gier der hohen Herrn was trefflich sich doch füget Auf das das Müllrad schneller geht und mal seinem Reichen schenket Da hat er sich den Zinses Zins und Ablass ausgedenken Der Müllstein dreht sich kommend um der Müller macht kem Finger krumm Der fromme Krieger tut sie Pflicht und stürzt sich blind ins Weltgericht So 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 des Teufels Will Ges Sein Dass jeder selbst sich richten will Er füllt nur Krieger oben ein Und unten hat der Knochen krumm mal Der Müller macht kein Finger krumm. Der fromme Krieger tut seine Pflicht und stürzt sich blind ins Weltgericht. So ist des Teufels Willgesinn, dass jeder selbst sich richten will. Er füllt nur Krieger oben hin und unten hat der Knochenmahl.